Wie ist die Inversion? Wie ist die Kunstluft, die verdunstet, steigt auf, kühlt sich ab und so ist es ja meistens dann auch im Winter, dass auf den Bergen oder im Mittelgebirge dann Schnee liegt und unten die meistens leer ausgehen. In diesem Fall hier ist es allerdings umgekehrt und ich will es jetzt einfach mal ganz vereinfacht erklären, warum das so ist. Ich brauche jetzt auch nicht gleich wieder Kommentare drunter, klugscheißer Kommentare, ja das kann man auch anders erklären. Ich will es einfach erklären, dass es jeder auch versteht. So, ich mache dafür einfach mal so ein Tal. Sagen wir mal, das ist so ein Tal hier in der Eifel, das ist unten, sagen wir mal hier 0 bis 300 Meter. Und ab hier sind wir jetzt auf 600 Meter und 700 plus sind wir drüber. Jetzt haben wir eine Inversionswetterlage, jetzt kennen wir das typische Bild, dann haben wir Nebelsuppe, sagen wir mal hier so zwischen 300 und 600 Metern ist die Nebelschicht. Hier unten ist jetzt ein Ort, Kirche, ein paar Häuser, spielt ja mal keine Rolle. Also hier ist ein kleines Dorf, drunter, das stellen wir uns einfach mal vor, so ein Tal. Hier ist die Inversionsschicht und hier ist jetzt Sonnenschein oben drüber, strahlender Sonnenschein. Oberhalb von 600 Meter sind wir jetzt, sind wir über der Nebelschicht, da ist es strahlend sonnig und drunter ist es dunstig, neblig, so. Und was brauche ich für eine Inversionswetterlage? Ich brauche zunächst mal ein Hochdruckgebiet und ich brauche Windstille. Windstille ist ganz wichtig, damit keine Durchmischung stattfindet. Denn Kaltluft logischerweise ist schwerer, die Warmluft, die Warmluft steigt auf und Kaltluft sackt nach unten ab. Habe ich jetzt keine Durchmischung, sammelt sich unten im Tal die Kaltluft an und das milde Hoch, was sich jetzt drüber legt, über die Kaltluft, sorgt halt dafür, dass es dann oberhalb der Nebelschicht ziemlich mild und sonnig ist und in den Tälern meistens dauerfrostig und kalt. So, und dadurch, dass das Hoch dann kommt, jetzt an der milden Luft, womit auch die Wettermodelle wahrscheinlich nicht klarkommen, weil man nie genau sagen kann, wo bildet sich jetzt die Inversion aus, liegt es einmal auf 300, mal auf 500 Metern. Fakt ist, was man sich nur behalten muss, ist, oberhalb der Nebelschicht ist es sonnig und mild und unterhalb ist es frostig und kalt. Also ganz genau umgekehrt wie sonst, was daran liegt, dass die schwere Luft unten absackt, sich nach unten begibt, weil sie schwerer ist und die warme Luft darüber gleitet. Jetzt kommt das Hochdruckgebiet und die Warmluft gleitet oder legt sich über die Kaltluft drüber. Also haben wir unten einen Kaltluftsack und oben drüber haben wir es mild und sonnig. Da kann es halt vorkommen, dass wir dann 7, 8 Grad plus auf der Höhe haben, auf 1000 Meter oder 500 Meter, je nachdem, wo jetzt die Grenze liegt, haben wir Warmluft und unten im Tal ist es kalt und frostig. Und da gibt es dann aber auch noch zwei Arten von Inversion. Die eine Art von Inversion ist die, wenn es vorher schon geschneit hat, es ist schön kalt, knackig kalt, es ist Schnee und jetzt kommt ein mildes Hochdruckgebiet und legt sich dann, wie gerade erklärt, über diese Schicht drüber. Dann haben wir im Tal weiterhin Dauerfrost und Kälte und wenn wir dann vorher Schnee hatten, wird der konserviert und es bleibt schön kalt und es spielt keine Rolle, was oben auf 1000 oder 1500 Meter ist, weil unten in den Tälern bleibt es knackig, kalt und gefroren. Und so kann der Schnee konservieren. Überhalb dieser Phase ist es sonnig, wir haben teils hohe Plusgrade, aber trotzdem kann es sein, dass auch der Schnee auf den Hochlagen erhalten bleibt. Das hängt dann damit zusammen, dass wir einen niedrigen Taupunkt haben, weil Hochdruckgebiet ist trockene Luft. Da kann es auch mal ein paar Grad plus haben, wenn der Taupunkt niedrig ist, kann auch der Schnee bei Plusgraden erhalten bleiben. Hinzu kommt auch bei Nächten, kommt die Auskühlung in den Weltraum und dadurch haben wir meistens auch bei einer Invasionswetterlage auf den Höhen trotzdem frostige Nachttemperaturen und einen niedrigen Taupunkt und das hilft dem Schnee dann auch und dreht dazu bei, dass er erhalten bleibt. Manchmal sind 4, 5 Grad Plus mit wenig Taupunkt und trockenem Wetter besser für eine Schneedecke als nur 1 Grad Plus und es ist feucht, kalt, nass, kalt, Nieselregen setzt dem Schnee mehr zu. Und ja, so ist eigentlich die Invasion erklärt. Dann gibt es die zweite Version der Invasionswetterlage, ist, wenn es vorher nicht kalt war. Wir haben dann also keinen Schnee, es hat sich also noch keine Kälte ausgebildet. Das heißt, dann entsteht die Kälte langsam, wenn wir sie nicht schon vor Ort haben. Dann haben wir das gleiche System wie hier auch, nur dann dauert es was. Es ist dann halt noch mild und jetzt bildet sich die Invasion. Wir haben Nebel, es kommt kein Sonnenlicht durch, es bleibt kalt und dann kühlt sich die Luft aus. Es wird Tag für Tag ein bisschen kälter, bis man irgendwann dann um den Gefrierpunkt oder drunter liegt. Besser ist natürlich, wenn es vorher schon geschneit hat und es war vorher schon kalt und die Kälte kann konserviert werden und erhält sich dadurch. Und wie so eine Invasion aussieht hier, wie ich es jetzt dargestellt habe, das zeige ich euch gleich mal an einem Videoausschnitt. Das haben wir hier Mitte Januar in der Eifel auf Brümscheid gefilmt. Da gucken die Berge dann wie so eine Insel oben raus und dann sieht man schön unten im Loch, wo die Nebelschicht ist und darunter dann sich die Kaltluft ansammelt. Also fassen wir zusammen, was wir auf jeden Fall nicht haben dürfen an Invasion ist Wind, weil Wind bringt durch Mischung und dann ist das Ganze am Ende. Ihr könnt es auch ganz einfach zu Hause mal ausprobieren, so eine Art Invasion. Wenn ihr eine Badewanne habt, lasst einfach mal heißes oder kaltes Wasser laufen. Spielt jetzt im Mund die Reihenfolge gar keine Rolle. Lasst einfach mal von mir aus heißes Wasser laufen, dann habt ihr heißes Wasser in der Wanne und jetzt lasst ihr kaltes Wasser laufen. Und dann werdet ihr merken, wenn ihr hinterher mit der Hand reingreift, dass das kalte Wasser unten sich am Wannenboden absetzt und das leichtere, warme Wasser über dem kalten Wasser liegt. Und wenn ich aber jetzt hingehe und durchmische das mit den Händen, dann habe ich eine Durchmischung und das Wasser ist oben und unten gleich warm. Durchmische ich das nicht. Würde sich unten das kalte Wasser absetzen und oben ist das warme Wasser drüber. So kann man es auch zu Hause ausprobieren, wie sowas funktioniert. Also fassen wir zusammen, Invasion ist wichtig, Windstille und natürlich kein Sonnenlicht. Wenn sich der Nebel ausgebildet hat und es kommt kein Tageslicht oder kein Sonnenlicht mehr durch, kühlt es natürlich runter, weil das ist ja dann ganz logisch. Also Wind ist ganz wichtig, den darf es nicht geben. Und dann kann im Winter auch mal ein mildes Hoch nicht wichtig sein. Dann ist es halt so, dass die milde Luft eigentlich nicht am Boden ankommt und sich dadurch die Invasion bildet. Mit zunehmendem Sonnenstand allerdings im Laufe des Jahres wird diese Inversionswetterlage schwieriger, weil bei hohem Sonnenstand die Sonne in der Lage ist, diese Nebelsuppe aufzulösen. Und dann, wenn die Sonne dann bis runter durchkommt, dann setzt die Luft sich natürlich auch bis zum Boden durch. So und jetzt zeigen wir noch an ein, zwei Videobeispielen, wie so eine Invasion aussieht. So und jetzt zeigen wir noch ein, zwei Videobeispielen, wie so eine Invasion aussieht. So und jetzt zeigen wir noch ein, zwei Videobeispielen, wie so eine Invasion aussieht. So und jetzt zeigen wir noch ein, zwei Videobeispielen, wie so eine Invasion aussieht. So und jetzt haben wir noch einecrewнуть. So und jetzt zeigen wir noch ein, zwei Videobeispielen, wie so eine Invasion aussieht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020